Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier kurz vor dem Boatshaus, wo wir hin müssen, um das Monsternest zu killen. Und wir werden gerade angegriffen von solchen komischen Fliegeviechern wieder. Ich hasse diese Dinger. Kommt er! Noch irgendwo jemand, ha? Ich hab' ich. Ich hab' ich auch. Wo ist noch einer? Da vorne soll auch noch niemand sein. Ich seh' dich nicht. Ich hör' dich zwar, aber ich seh' dich nicht. Ich glaub' bist du unter mir. Nee? Geh' mir nicht auf die Eier, du blödes Vieh. Du bist hier nicht mein Problem, sondern das hier. Was auch immer hier ist. Pick. Pick R ab. Ich dachte, das Vieh, das da dort liegt. Ist das, was ich kaputt machen muss? Nein, war's aber nicht. Das sind die scheiß Blutkäfer. Das ist doch das Richtige. Wow. Da lag an seiner Bombe. Komm schon. Blutkäferfleisch, Blutkäferlüssel. Was ist denn das? Achso, ein Brahmin. Äh, eklig. Doktor, 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 doktor. Guck mich hier erstmal um. Bevor wir da reingehen. Ach komm. Nicht schon wieder kaputt gehen. Cool. Einmal. Meine. Ach, da hätte man von unten auch reingekonnt. Aha. Noch eine. Kammerjäger. Freigeschalten. Schöne Sache. Schöne Sache. Hallo, ich muss da raus. Geh mal weg. Hey. Stehst du weg? Gut da, ist hier jemand? Boah, hier sind überall Waffen. Ich hole es eigentlich in Schafen. Okay, die sind nur noch oben. Ja, man bräuchte ja einfach mal Fenster. Dann hätte man das Insektenproblem nicht. Oder halt auch einfach mal mit einem Dach. Ein Dach wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ach, geh weg. Ich komm noch so nicht raus. Margarete ist Notiz. Margarete, Kronkorn. Der Margarete in Notiz müssen wir dann gleich mal angucken. Aber vorher. Ich komm wieder in den Tischwendiger. Und machen den Safe auf. Scheiße. Also es ist weiter nach rechts. Hier vielleicht. Ja, perfekt. Uh, Patrone, Patrone, Patrone. Pistole brauchen wir nicht. Das Vorkriegsgeld nehmen wir noch mit. Und da ist noch ein Überseekoffer. Was ist da drin? Patrone, 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 Patrone. Uh, noch mehr. Uh, das ist ja geil hier. Hier gibt's aber mal gutes Zeug. Margaretes Notiz müssen wir noch lesen. Margaretes Notiz. Ah, wo ist es denn? Diversal Margaretes Notiz. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit im Bootschuppen gefunden. Einscheinend hat jemand Camps im Abfluss am Ende des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Es sollte eine Überraschung sein. Aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben. Und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge. Ich schaue nur kurz nach und bin bald wieder zurück. Magi. Hm, besser er als ich. War das die Quest jetzt schon? Ne, guck mal, da ist noch was. Ich muss die Werkbank benutzen, okay. Hier raus, okay. Jetzt müssen wir dann noch ins Wasser rein. In einem Tunnel da hinten, da ist bestimmt noch jemand. Sonst hätten wir das ja nicht gelesen. Wenn da nichts wäre. Mal gucken. Moldenabfluss. Oh, da war es doch dicht. Da komme ich doch nicht durch. Was soll das? Okay, der scheint nicht allzu groß zu sein. Ich hasse solche Viecher in echt auch. In echt sind es zwar nicht so hässliche und eklige. Und nicht ganz so große. Aber die nerven trotzdem. Was ist das für ein teuflischer Gestank? Das ist eine gute Frage. Die gehört mir. Ja. So. Dann wollen wir doch da mal rein. Sonics. Äh, sleeps. Nein, auch nicht. Closed. Nö, dann nimm mal ein Plate. Oh. War für'n Arsch. Ich will da rein. Und dahinten ist ne Tür. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Da, 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 da. Komm schon. Nimm mir Sattel. Dann nimm mir Silber. Auch nicht. Poison. Ah, das ist schon besser. Guides. Nope. Safety. Nope. Bottom. Auch nicht. Poison hatten wir. Silber hatten wir. Was hatten wir hier noch? Horror. Hätte zumindest vom O passen können. Wir haben nur noch sieben Schuss? Einserf? Oh oh. Das ist nicht so gut. Das kann doch nicht sein. Da haben wir echt nur noch sieben Schuss. Oh ja. Oh fuck. Meine gute Waffe ist fast leer. So, dann nimm mal Tunnel. Crazed. Okay, das E war schon mal nicht. Nein. Nein. Taking vielleicht auch nicht. Das T war es auch nicht. Spaced. Ach komm schon. Kannst du das mal machen? Nein. Was gibt's denn? Guck dir das an. Sorry. Geht nicht. Schau's dir an. Vergiss es. Schau mal nach. Keine Chance. Dort drüben. No. Guck dir das an. Mm-mm. Geht nicht. Schau mal nach. Keine Chance. Dort drüben. Sorry. Guck dir das an. Schau's dir an. Vergiss es. Ach, du bist voll die Lusche. Weißt du das? Indeed. Ach, eigentlich mal was. Agreed. Wenn mir noch irgendwas mit zwei E's. Nee. Listet wird zumindest ein Stoff von Radios. Auch nicht. Äh. Das hat lang genug gedauert. Schlösser haben wir. Blechdose. Kaliber. Patrone, 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 Patrone. Kryogranate. Impulsmine. Okay. Vorkriegsgeld. Scharfschützengewehr. Das Präzisionsschützen. Oh. 64. Oh. Wir sind voll. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Aber du hast noch Platz, oder? Hey. Na klar. Ja. Du hast noch ein bisschen Platz. Dann nimm doch mal. Splittermining kriegst du noch. Scharfschützengewehr. Die Laserpistolen. Jetzt haben wir hier noch die da. Das da. Hier. Und den da. Und das da. Und den da. Und hier. Und da. Und noch mehr. Melone. Hier. Kannst du das noch nehmen. Oder den hier. Okay. Verhalt aber dein Hemd ab. Hab ich vor. Was hab ich denn da gesehen? Da hat gar keine Tür. Das sah nur irgendwie so aus wegen dem Licht. Ah. Hier kommt man drüber. Gelöbnisanweisungen. Kronkorken. Was wertvolles müssen sie doch dabei haben. Lesen wir die erstmal. Sonst vergesse ich den Namen wieder. Gelöbnis. Gelöbnisanweisungen. Seid gegrüßt Brüder. Ihr seid hier. Weil es wieder an der Zeit ist. Die neuesten Mitglieder in diese äußerst angesehene Verbindung einzuführen. Bevor sie Mitglied werden können. Wissen sie zunächst die Geheimnisse unseres Ordens kennenlernen. Ihr findet die Substanzen, die ihren Geist öffnen werden, im Abflusskanal. So wie es bei eurer Einführung auch war. Denkt daran, den Kandidaten die Augen zu verbinden, bevor ihr sie zum Kanal bringt. Und achtet auf Leute, die zu der Zeit noch im Park unterwegs sind. Die Ältesten werden am Sonntag zum Abendessen vorbeikommen. Da müssen alle neuen Mitglieder anwesend sein. Also, haltet euch an die vorgegebene Dosierung. Ordo Obvitus Ossa. Oh, oh, oh. So heißt das. Das ist wieder irgendeine komische Vereinigung. Anscheinend, die nichts Gutes im Schilde führt. Aber egal. Wir sind hier fertig. Und gehen wieder nach County Crossing und sagen denen Bescheid. Ach, komm schon. Du sollst da hin. Und sagen denen Bescheid, dass das Ding hier sauber ist. Alter, wir haben so viele Siedlungen. Was wollen wir denn mit dem ganzen Mist machen? Das kann ich nie alles aufbauen. Da muss ich ja 300 Stunden allein schon entzuchen. Von den ganzen Zutaten. Und dann Materialien einbringen. Ich habe doch keine Lust da 300 Stunden nur ein Zeug zu sammeln. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Wo sind die jetzt? Da vorne irgendwo anscheinend. Ah ja, da. Guten Tag. Ich steh halt auf. Ich rede mit dir. Darf ich nicht mit dir reden? Hallo? Und wir sollen natürlich mal wieder zu Preston. Markierung hinfanden. Okay. Wir müssen wieder zu... Oh, schau mal. Die Karte ist jetzt schon gut voll. Hier unten waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Und da oben waren wir noch nicht. Aber ansonsten sind wir doch schon gut unterwegs gewesen. Und ich hätte auch vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal wieder was an der Hauptquest machen. Einfach mal, um in der Story ein bisschen weiterzukommen. Man kann ja viele Nebenquests machen und alles. Aber irgendwann ist doch mal wieder Zeit für was Normales gekommen. Denn ich möchte langsam mal wissen, was es überhaupt mit der... Äh, Ding auf sich hat. Mit dem... Institut. Mit dem Institut. Aber gib mir erst mal, was du da alles dabei hast. Kryogranaten hat die ausgerüstet. Ich glaube, du spinnst. Gibt's noch? Du hast nicht mehr alle. Da nehme ich die auch wieder mit. Hoffentlich ist es das wert. So, gesamten Schrott erstmal lagern. Dann gehen wir mal von hinten durch. Hilfsmittel kann natürlich erstmal wieder alles weg. Right away lassen wir dabei. Stimpack auch. Dann Kleidung Melone. Das ist der kann weg. Brauchen wir gerade nicht. Okay, das lassen wir mal dabei. Das kann man auch ablegen. So, Waffen. Impulsmine, Kampflinde, Kryogranate. Splittergranaten lassen wir dabei. Splitterminen kommen weg. Laserpistole haben wir eine bessere. Das Scharfschützengewehr ist ganz cool. Okay. Okay. Ja, das macht eigentlich erst mehr Schaden. Dann die kommen weg, die kommen weg, die kommen weg, die kommen weg. Dann die kann auch mal weg. Mächtig. Doppelläufige Schrotflinte. Hatte die die nicht ausgerüstet? Hm. Egal. Scharfschützengewehr kann weg, das kann auch weg. Impro, Repetier, Dingsbums kann weg. Rückstoß gedämpft, 53 kann weg, das kann weg. Laser Scharfschützengewehr kann mal weg. Genau, das rüsten wir dann aus. Die da kann auch weg. Die da auch. Und die auch. So. Zeug loswerden. Dann, was wollte ich machen? Genau, ich wollte die ausrüsten. Ich wollte die ausrüsten. Waffe, Waffe, Waffe. Raketen. Nein, das ist da. Genau, das hier. Favorit auf... Vier nehmen wir es dann. Und wir ziehen das hier mal wieder aus. Transfer, nimm mal. Achso, die Fusionskern nehme ich bitte wieder mit. Können wir unsere Powerrüstung ein bisschen modden? Modell A. Okay, wir haben keine neue Hot, Rot. Erhöht die Stärke. Beweglichkeit haben wir gerade. Ohne Extras. Okay, rechter Arm. Ohne Extras. Okay, da fehlen uns einfach... ...die Erfahrungen. Helmlampe. Haben wir eine? Okay. Ach, guck mal, kann ich die... ... kann ich doch noch in Modell B umbauen? Wenn wir die nämlich schon ausgerüstet haben... ... und nicht in Modell B... ... dann machen wir es jetzt in Modell B. Verbesserte Schadens und Energieresistenz. B, dann fehlt noch der rechte Arm. Ja, und schon ist es weg. Der Torso... ... Blutreiniger. Reduziert die negativen Effekte von Camps. Warum nicht? Das ist alles nix. Okay. Tada! Die Rüstung ist so Hammer. Deswegen nehmen wir sie jetzt auch. So, auf vier ist das neue Schafsitzengewehr. Gut. Dann auf sechs, sieben, sieben ist das. Jetzt müssen wir noch den Preston finden. Der steht, glaube ich, hier. Okay. Ach, gib Ruhe. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich hab der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und hab dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Noch was? Da kam eine seltsame Nachricht. Von einem Roboter. Er sagt, er kommt aus einem Ort namens Greydon. Du bist an diesem Ort hier gewohnt, im Kent. Ich weiß nicht genau, was er wollte, aber... Deine Energie. Schauen wir mal nach. Man kann nie wissen. Wassermarsch! Reise nach Greygarden! Karte aktualisiert. Wo ist denn... Ah, wir müssen sie wahrscheinlich erstmal wieder auswählen. Wassermarsch. Genau, sonstiges. Langsam wird's weniger. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir da reinkommen in die Waffenkammer. Muss ich noch einmal gucken. Jetzt bin ich gerade schon wieder rausgegangen. Greygarden ist wahrscheinlich irgendwo, wo wir noch nicht waren. Nee, das ist ja gar nicht so weit. Ah, da ist Greygarden. Okay. Museum der Hexerei. Die Burg. Okay, das ist ja Hauptquest. Man sucht das Luftschiff der Stellern und Bruderschaft. Das ist wahrscheinlich auch was ganz Großes dann. Ähm, Rettesiedler. Okay. Alles klar. Wir kümmern uns dann in der nächsten Folge um Greygarden. Und ja, bis dahin. Tschüss.